Nazi? Da haben wir uns ein Wetter ausgesucht. Wollten wir nicht eigentlich ein Boot fahren? Scheiße. Ich glaube, das wird heute gewirrschlüsst und nichts mehr, oder? Aber nach vorne wird es schon wieder heller. Früher stehe ich hier mit dem Hemd. Oder so ein Strandkorb. Man sieht es ja. Und ich würde sagen, viel Spaß. Mit dem man mich heute Morgen telefoniert, oder? Sollte so sein. Ja, wegen Brot. Aber das wird ja jetzt wohl nicht mehr, wettermäßig. So, wird doch wieder hell. Ja, ne? Hat er auch gehört. Guck. Wichtig ist, dass kein Glitz ist. Ihr seid nicht mindestens schneller. Oh, mein bester Freund. Ja, Jungs. Wollt ihr? Wollen schon. Ich habe nur ein bisschen Schiss vor dem Wetter, muss ich sagen. Ja, das klart wieder auf. Kommt von da der Wind. Gefahren wird raus, bis Dänemark volltank und zurück. Okay. Gut. Damit bekomme ich halbe Stunde Wolli erstmal. 25 Euro. Eine Weste müssen wir uns noch anziehen und dann geht es los. Ja. Gut. Einmal da durch. Jawohl. Wollt mal rein. So. Das hat auch die XXXL. Was hat die? Ja, glaubt schon. Wollt mal rein. Jawohl. So, ich hole euch mal. Zieht mal bitte die Schuhe aus. Aber wir müssen grad gleich ein bisschen ins Wasser kommen. Doch, muss man. Jupp. Nice. Ah, der Boden ist unangenehm. Ich bin ein Weiche, was die Füße verlangt. Furchtbar. Ah, ist ja wunderbar. Da hätte ich die Schuhe sogar für angelassen. Na, wir haben manchmal ein bisschen Wasser in den Boden. Weißt du? Ja. Dann darfst du sowas nicht machen. Komm hin. Ja. So, das kommt kurz durch. Ja. 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 Wenn das Holz nachher zu Ende ist, könnt ihr Gas geben. Ich mach den Gang rein. Je weiter du den nach vorne legst, umso schneller wird das. Mhm. Ne? Okay. Gut läuft. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke. Danke. Da bin ich jetzt das. Doch super langsam. Oder? Ba? Nein. Okay. Ta. Baidentin. Also wenn man drückt. Ich liebe dich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020